Bewegung tut gut und trägt aktiv dazu bei, Körper und Geist fit zu halten. Mit der Allahopp-Familienrunde verführt Deidesheim gleich mit mehreren Anlagen und Spielbereichen, um in Bewegung zu bleiben und zu entspannen. Alle Anlagen wurden bewusst naturnah gestaltet und spiegeln die biologische Vielfalt der mediterran geprägten Sita-Slow-Stadt Deidesheim wieder. Entschleunigung und aktive Bewegung sind in der Urlaubsregion Deidesheim ein wichtiges Element des Sita-Slow-Konzepts. Auf naturnah und barrierefreie Gestaltung wurde durch Spiel- und Erlebnis-Elemente für alle Generationen besonders wertgelegt. Der Eintritt zu den Aktivanlagen der Deidesheimer Allahopp-Familienrunde ist für die Bürger und Gäste kostenfrei. Im Erlebnisgarten, der Teil des Schlossparks ist, finden sich auf rund 2000 Quadratmetern etwa 20 Spiel- und Erlebnisstationen. Kernelemente sind unter anderem eine Neunloch-Erlebnis-Golfanlage, ein Buhlplatz, der Sinnesparcours, ein Wasserspielbereich und verschiedene Kletter- und Klangbereiche. Ein Baumquiz und kindgerechte Infoschilder sollen die kleinen Besucher für die botanischen Raritäten des Erlebnisgartens sensibilisieren. Im Stadtpark gibt es neben mediterranen Pflanzen und dem kleinen See auch einen Spiel- und Bewegungsbereich für Groß und Klein. Spaß und Fitness stehen hier im Mittelpunkt. Vielfältige Einkehrmöglichkeiten auf dem Stadtplatz runden das Familienerlebnis ab. Das Allahopp-Gelände bietet mit Sport- und Spielelementen Spaß für Jung und Alt. Hier können Kinder und Junggebliebene ihre Abenteuer und Spielfreude freien Lauf lassen. Bewegungsinteressierte und Sportler werden nach Herzenslust den Bewegungsparcours absolvieren. Allahopp – jetzt kommt Bewegung rein in Deidesheim. Allahopp – jetzt kommt Bewegung rein in Deidesheim. Alles – jetzt kommt Bewegung rein in Deidesheim. Alles – jetzt kommt Ambos – jetzt kommt die Bedeutung rein in Deidesheim. In Deidesheim. Aktiv rein in Deidesheim. Vielen Dank.